Wir sind jetzt auf dem Weg von Köln nach London. Einfach mal wieder so ein bisschen Start-up-Luftschnuppe reinhören. So eine schöne Klassenfahrt mit ein paar 15 Leuten über jetzt. Einfach mal wieder so ein bisschen Start-up-Luftschnuppe reinhören. Und dann geht es auch um die Dinge, die Dinge, die sind, die Dinge, die sind, die sind, die sind, die sind, die sind. Hallo, ich bin Lisa Rodwell von Mood.com. Ich habe jetzt die Morgen mit 15, 17 sehr lively German entrepreneurs. Ich denke, es ist ein win-win, wenn man diese Möden mit den Köln 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 mit den Köln. Hi, we just arrived at the Google campus, cool working space, just drink some coffee, connect with the people and see what's happening here. So let me, I'll tell you about ProFounders and then I'd love to hear your thoughts on kind of Germany, UK, how we can actually do more cross-mixing, etc. Because I think they are the two strongest start-up ecosystems, without a doubt, in Europe. And events like this are huge because it does help bring people together. We shouldn't talk about Cologne, maybe it's the sector, you know? This lot of people won't go to Cologne, so we're dying on our own. Other way around as well. Thanks guys, bye. 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 Bye.